Viparita Dandasana ist die umgekehrte Stockhaltung. Es gibt einige Asanas, die als Viparita Dandasana bezeichnet werden. Garote in seiner Enzyklopädie of Traditional Asanas beschreibt es wie folgt. Und Raffaela zeigt es. Lege dich auf den Rücken und dann beuge die Knie. Hier, dann bringe den Scheitel auf den Boden und falte die Hände hinter dem Kopf wie im Kopfstand. Dann strecke die Beine aus, sodass wie ein gerader Stock von den Zehen über Fuß, Rücken, Schienbeine, Oberschenkel, Bauch bis zum Rippenbogen entsteht. Das ist Viparita Dandasana, die umgekehrte Stockhaltung. Das ist Viparita Dandasana. Vielen Dank.